Und Leute, hier sind wir auch schon wieder bei Pokémon der Schild-Naslog. Ich hab'n Gast mitgebracht, guck mal neben mir, da ist mein Glücksbringer. Ghostcat ist jetzt bei mir, ich hab' mein Stresstierchen hier. Der, die guckt uns heute über die Schulter beim Part. Äh, aber im letzten Part haben wir unseren Encounter gefangen. Underdog ist jetzt bei uns im Team. Underdog wird uns hoffentlich gute Dienste erweisen, aber... Jetzt geht's erstmal weiter und... Ja, wir haben hier nichts mehr zu tun. Auf geht's in die nächsten Trainerkämpfe. Ich lerne gerade alles über Fremdsprachen. Computer und Pokémon. Okay, das wird hart. Schülerin Laura. Mal gucken, was Schülerin Laura von uns will. Auf geht's. Ich bin so gespannt, ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Drechsel, du bist dran. Hier können wir gleich mal unseren neuen Freund rausholen, Underdog. Kannst du eine Feuerattacke bitte, Underdog? Ja, uh, er kann Flammrad, Alter. Ach, scheiße, ich hab' vergessen. Der ist ja, glaub' ich, nur ein Kampf-Pokémon, oder? Biss. Beiß ihn mal eine Runde, dass es nicht sehr effektiv läuft. Überkopfwurr. Oh nein. Oh, Brudi, war das knapp. Wir hätten fast unser Underdog verloren. Los, Elektroball. Nochmal Überkopfwurf. Oh, Brudi, Alter, der rasiert uns grad hier komplett durch. Jetzt kommt Evoli. Nelly kann zum Glück... Ruckzuck keep. Das ist ein Prio. Oh, das war knapp. Wir hätten fast unseren Underdog verloren. Wie? Verloren? Hab' ich etwa nicht genug über Pokémon gelernt? Ich muss unbedingt, äh, leveln. Sonst könnten wir richtig üble Probleme bekommen. Jetzt heil ich erstmal alle durch. Gerade Underdog muss gehealt werden. Alter, das war ganz schön knapp. Das hätte auch schief gehen können. Da ist diese bekackte Blume, die ich jetzt nicht habe. Aber wir gehen erstmal da lang. Tipps für Trainer. Du kannst auch... Oh, ja. Ne, das können wir leider nicht, weil die Nuzlocke spielen wir offline. Ihr habt es wahrscheinlich schon gemerkt. Online-Features gibt es hier gar nicht. Aber wir machen mal Pokémon Camping. Dann können wir mal die neue Funktion hier angucken. Beim Pokécamping kannst du mit deinem Pokémon spielen und mit ihnen essen, um so eure Freundschaft zu vertiefen. Wenn du viel mit deinem Pokémon spielst, kann es sein, dass sie sich im Kampf sogar noch mehr für dich ins Zeug legen. Spiele mit deinen Joy-Con-Controllern. Entferne einen Joy-Con vom System und schwinge ihn, um deinem Pokémon einen Ball zuzuwerfen, unter dem Pokéwedel zu schwingen. Bist du geschickt im Umgang mit dem Pokéwedel, kannst du die Aufmerksamkeit der Pokémon erregen. Schlägst du in der Naturzone deinem Pokémon Camp auf, kannst du dort mit bis zu drei anderen Trainern spielen. Es kommt vor, dass Leute und Pokémon, denen du noch nie zuvor begegnet bist, dein Camp besuchen. Das ist die perfekte Gelegenheit für neue Bekanntschaften. Nice. Drechsel, komm mal her. Nice. Guck mal her. Pokéwedel, Alter. Wolli! Wolli! Wolli rollt gegen mich. So, was haben wir hier denn noch? Natürlich, Fukano, guckt euch den Hund an, Alter. Das ist ja cool. So, werfen wir den... Oh, das ist ja nice. Pikachu, los! Pikachu, lauf doch nicht weg! Nein, zick, so gut! Komm wieder zurück, gib mir den Ball! Menü. Die gemeinsame Mahlzeit hat diverse Effekte auf die Pokémon in deinem Camp. Sie stellt zum Beispiel ihre KP wieder her oder macht sie dir gegenüber zutraulicher. Kochen. Mal gucken, was wir hier kochen können. Wähle eine Zutat aus. Machen wir mal Würstchen. Bitte wähle die Beere aus. Eine Sinelbeere. Ja, lasst mal gucken, was wir daraus machen können. Los! Fächer! Hä? Okay. Ah, alles klar. Drehen wir mal um. Na komm. Und was war das jetzt? Hey. Guten Appetit. Mal schauen, was daraus geworden ist. Scharfes Würstchen-Curry. Oh, das sieht lecker aus. Güte, klasse. Wo ihn genau? Scharfes Würstchen-Curry. Die Hälfte der KP wurde wiederhergestellt. Deine Team-Pokémon haben einige Erfahrungspunkte erhalten. Nein, die Team-Pokémon sind etwas zutraulicher geworden. Okay, nice. Komm mal her, Wolli. Wolli! Wolli greift an. So, was haben wir hier noch? Wolli, hol den Ball. Wolli ist ja doof. Wolli will sich den Ball holen. Nice. Wolli, nimm den Ball. Wolli, komm. Los, du schaffst es. Oh, guckt euch Wolli an. Wolli holt sich den Ball. Oder? Nee. Komm her, Pikachu. Pika schaut sich aufmerksam um. Los, spielen gehen. Dragongoss scheint Spaß am Camping zu haben. Wie geht's? Dragongoss ist sehr glücklich. Erzähl mir mehr. Dragongoss scheint dich zu mögen. Erzähl mir mehr. Dragongoss gefällt dir in die entspannte Atmosphäre. Los, spielen gehen. So, verlassen wir das Pokécamp wieder. Wir haben genug mit dem Pokémon gespielt. Einige EP haben die gekriegt. Krass. Okay, nice. Dann gehen wir mal wieder. Weiter geht's. Ha, jetzt habe ich zur Abwechslung mal einen Trainer entdeckt und kein Pokémon. Lass mich gleich mal gucken, wie stark du bist. Das wird sich zeigen. Es kommt ja nicht raus. Wie stark du bist es hier wichtig. Ein Knospi. Der gute Dexel. Oh, der hat zwei Pokémon. Okay. Hier ist Underdog die richtige Wahl. Er setzt Absorber ein. Ja. Das dürfte so gut wie gar nichts machen. Das ist nämlich nicht sehr effektiv. Du kriegst jetzt einen Step sehr effektiven Flammenrad in die Fresse. So, das war's für Knospi. Ja, nice. Sehr schön. So muss das laufen. Und Neldi erreicht Level 13. Sehr gut. Ein Cotini. Ah, das ist dieses Pflanzen-Pokémon. So, wir werden hier wieder ein Flammenrad einsetzen. Wir sollten outspeeden. Und das ist ein sehr effektives Flammenrad. Step. Das überlebst du nicht. Auf Wiedersehen. Dragon Goss erreicht Level 12. Auch sehr schön. Schutzteiler. Lass mal gucken, was das ist. Durch Psychokräfte werden Verteidigung und Spezialverteilung des Anwenders und des Ziels addiert und in zwei gleiche Hälften geteilt. Ne, das ist nutzlos. Och, Menno. Wie blöd. Deine Pokémon sind einfach zu stark. Ja, oder du bist zu schwach. Ich weiß ja nicht, was hier jetzt... Oh nein, verpiss dich, Vulkanu. Oh, da kommt Selina. Können wir einfach an ihr vorbeilaufen? Nein. Äh, ich mein Sanja. Ah, da kommt ja unser Arena-Challenger. Dein großer Auftritt bei der Eröffnungszeremonie war echt cool. Glückwunsch. Huch, wo hast du denn Hopp gelassen? Der ist schon vorgegangen. Typisch Hopp. Er kann einfach nicht stillstehen. Aber so kenne ich ihn. Er will so schnell wie möglich in die Fußstapfen seines Bruders treten. Wo du gerade hier bist, ich kann dir etwas Interessantes erzählen. Siehst du dieses Gebäude da drüben? Das gehört dem Liga-Präsidenten Rosé oder genauer gesagt seiner Firma. Am Ende von Route 3 gibt es eine Mine. Die Firma von Rosé nutzt das Erz, das dort abgebaut wird, um Energie zu gewinnen. Rosé spielt also auch eine wichtige Rolle bei der Energieversorgung der Galar-Region. Ich kann nicht sagen, dass ich ihn wirklich verstehe, aber er ist schon ein bewundernswerter Typ. Puh, jetzt habe ich dich ganz schön zugequatscht. Danke, dass du mir so geduldig zugehört hast. Hier, dieses Fluchtseil hast du dir verdient. Ach, für dich doch immer. Oh, und deine Pokémon kann ich bei der Gelegenheit auch gleich wieder fit machen. Danke. Bis Turffield liegt noch ein weiter Weg vor dir. Reisen gehört eben auch zur Arena-Challenge. Mach's gut. Und was finden wir? Das nützlichste Item in deiner Naselok. Wieder mal. Oh Gott. Was sind das denn für Viecher? Wir sind immer noch auf Route 3, oder? Das heißt, kein neuer Encounter oder so ein Scheiß. Ja, das ist immer noch Route 3. Wir kriegen auch bis zur Galar-Mine 1. Oh Gott. Hier ist unser Ziel Turffield. Wir müssen noch durch die Galar-Mine 1. Galar-Mine 1? Okay, wir haben noch einen relativ weiten Weg vor uns. Also los geht's. Gehen wir einfach mal durch. Wir wollen erstmal... Oh Gott. Pokémon sind fit, oder? Ja, dann gehen wir rein. Wolltest du dich etwa an mir vorbeischleichen, ohne vorher meine Pokémon zu bewundern? Eigentlich ja, aber jetzt müssen wir dich fertig machen, Schülerin Mathilde. Ein Fililu. Oh, okay. Fililu haben sie ja auch geändert. Fililu steht jetzt auf zwei Beinen. Rasierblatt, bitte. Wow, Drexel haut richtig rein. So, und Eiger hat Level 12 erreicht und Drexel Level 16. Eiger versucht Kopf... Uh, nice. Eiger lernt eine gute Attacke. Rammt das Ziel mit einer Kopfnuss. Ziel schreckt eventuell zurück. Das ist gut. Das ist eine gute Attacke. Geist kann nicht schlecker. Tackle ist besser als schlecker, aber wir verlieren mal Sandwirbel. Weg damit. So, und ein Raffel. So, dann wollen wir mal. Uh, der hält ganz schön was aus. Raffel hat eine gute Spätstaff. Und er ist stark. Zweigstoß sollte aber reichen. Wir haben einen guten Angriff. Oder auch nicht. Please, no crit. Danke. Kratzer. So, das war's mit Raffel, Diggy. Und damit erreicht Pika auch schon Level 13. Das ist sehr gut. Mir ist Schnurzpiep egal, ob ich gewinne. Ich wollte dir einfach nur meine Pokémon zeigen. Dann hättest du nicht gegen mich kämpfen müssen, sondern hättest dir einfach... Ach, egal. Oh, Drexler entwickelt sich. Drexler hat sich zu Chimpsticks entwickelt. Ich merke schon, woher der Name. Für Chimpsticks wurde... Ja, okay. Verliert es sich beim Kampf in seinem wilden Beat, bemerkt es ab und zu nicht mal, dass sein Gegner bereits zu Boden gegangen ist. Nice. Gute Entwicklung. Doppelschlag. Okay, gucken wir mal, ob das irgendwelche Nachteile mit sich bringt. Anwender trifft das Ziel mit dem Schweif oder ähnlichem. Ziel wird doppelt getroffen. Also sieb Zielschaden, Genauigkeit 90. Ja... Heuler benutzen wir eh nie. Die bringen wir ihm mal bei, aber werde ich bei Gelegenheit wieder verleeren. Weil bei 90 Genauigkeit ist das scheiße. Ja, ich möchte den Bärenbaum gerne schütteln. Eine Fragiabäre und eine Persienbärme purzeln herunter. Weiter schütteln. Da kommt bestimmt noch ein Pokémon. Ja, weiter schütteln. Los. Habe ich doch gesagt. Ein Kikugi erscheint. Unser neues Drechsel kommt zum Einsatz. Probieren wir gleich mal Doppelschlag aus. Ja, wie gesagt. Dafür ist die Attacke halt einfach zu schlecht. Doppelschlag ist halt wirklich sehr lahm. Und dafür, dass es 10% Verfehlchance hat, lohnt das halt einfach nicht. Gut zu wissen. Pokémon in der Nähe haben alle herumliegenden Fragiabären schlibitzt. Ja, die Fragiabären interessieren mich eh nicht. Heilen eh nur gegen Feuer. Ohne TM. Prügler. Uh. Der Anwender greift zusammen mit allen Mitgliedern seines Teams das Ziel an. Je mehr Pokémon sich im Team befinden, desto höher die Anzahl der Angriffe. Hat das irgendwelche Nachteile? Ich glaube nicht, ne? Wir haben drei Heilbälle. Schutz, Hals, ja. Ah, ne. Der Nachteil ist, wenn wir wenig Pokémon im Team haben, macht es auch weniger Schaden. Das Risiko werde ich jetzt nicht eingehen. So, damit ich euch das hier auch zeigen konnte. Ein Klongcat erscheint. Das war's. Das ist Step, Pflanze. Du bist tot, Diggi. Die geben gut EP, aber ich muss offscrewen unbedingt ein bisschen farm. Sonst sterben wir. Oh, war klar. Ich stelle sowohl Briefe als auch Niederlagen zu. Krasser Dude bist du. Postbote Peter. Ja, ich mag den Bart. Obwohl ich jetzt selbst kein Fan von Bärten bin. Aber, ja. Okay. Ein Botugil. Wir können leider noch nichts sehen. Wir haben noch nicht gegen Botugil gekämpft. Aber wir haben ja Underdog. Aber er kann Geschenk. Also ich muss extrem aufpassen. Weil das sollte Eisflug sein. Da kommt Geschenk. Bitte heil mich. Ja, fuck it, Alter. Flammrad. Ich sollte outspeeden. Na. Oh, oh. Glück gehabt. Diesmal hat es weniger Schaden gemacht. Das war's für Botugil. Nice. Underdog, Dragongost und Drechsel erreichen ein Level. Das habe ich dir wohl versehentlich den Sieg geliefert. Hast du wohl, Kumpel. Hast du wohl. Läuft bei mir, würde ich sagen. Oh, jetzt ein Pokémon-Camp. Da will ich mich aber schnell dann nochmal jetzt heilen. Ich muss unbedingt neue Tränke kaufen. Wir gehen nämlich jetzt schon langsam wieder die Tränke aus. Schlag doch mal dein Zelt auf und koch etwas, um deine Pokémon aufzupäppeln. Ich hätte hier eine Beere für dich, die du beim Kochen bestimmt gut gebrauchen kannst. Na, Mrena-Beere. Nice. Untersuche einfach das Zelt eines anderen Trainers, um sein Poké-Camp zu besuchen. Du bist übrigens herzlich eingeladen, hier in meinem Poké-Camp vorbeizuschauen. Ja, möchte ich. Wir gucken einfach mal rein bei Lea. Die Siat-Woldi und ein Kukugi und so ein Bär-Kustorso, oder heißt das so? Teddy schaut sich aufmerksam um. Wie geht's? Teddy sieht sich freudig aufgeregt in der neuen Umgebung um. Erzähl mir mehr. Teddy will noch mehr Aufmerksamkeit. Teddy scheint mit Lea spielen zu wollen. Lass uns spielen. Okay. Teddy! Was machst du denn? Hol dir den Ball! Sunny ist in Spiellaune. Hockey-Kugel ist schon niedlich, ne? Da kommt Drexel angelaufen. Drexel, hol dir den Ball! Nein! Doch, er hat ihn. Drexel scheint den Wedel gar nicht zu mögen. Gut, dann... Ja, möchte ich gerne. 60 EP hat Drexel gekriegt. Cool. So, das war's dann. Ist hinter ihrem Zelt vielleicht noch was? Nee. Alles klar, weiter geht's. Noch ein Trainer-Kampf. Oh, Rudi. Dann gehen wir rein, würde ich sagen, oder? Wir sind soweit fit. Ja. Alles klar, Diggi. Hauen wir dem auf die Schnauze. Je nachdem, was für ein Typ ein Pokémon angehört. Ist es im Kampf entweder ein Vor- oder ein Nachteil? Schüler Finn. Das hat Finn gut erkannt, aber das wird ihm nicht helfen. Wir werden ihn trotzdem vernichten. Ein Thermopod. Was bist du denn, Alter? Ich hab jetzt gar keine Idee, was das ist. Ich geh einfach mal auf den Zweigstoß und guck, ob er ein Feuer-Pokémon ist. Ich hab's gewusst. Biss. Der macht gut Schaden, der Typ. Doppelschlag. Komm, triff. Bitte keine Feuer-Attacke. Uff. Das ist sehr effektiv. Stab. Gut, dass Drechsel schon weiterentwickelt ist. Macht uns daher nicht so viel Schaden. Das war's mit Thermopod, Alter. Eiger und Medi haben mein Level erreicht. Sehr schön. Ein Kerada. Was bist du denn, Alter? Uff, Brudi. Bist du ein Elektro-Stein-Pokémon oder sowas? Rasierblatt. Nicht sehr effektiv. Alles klar. Oh, der kann Konfusion. Was bist du? Ich hab nicht genug Infos. Ich weiß nur, dass Rasier... Das, äh... Doppelschlag. Mal schauen. Oh, der ist bulky as fuck, Alter. Oh, oh. Und unser Spezialangriff. Und wir wechseln sofort mit Drechsel raus. Gehen wir zu Underdog. Underdog ist hier, denke ich mal, eine gute Wahl. Wir schauen mal rein. Da kommt der Lichtschild. Seine Spätz-Dev ist um das Doppelte angehoben. Na super. Zum Glück ist Flammenrad physisch. Also kann uns das ziemlich egal sein. Ha! Das war sehr effektiv. Sehr schön. Und Pika erreicht Level 14. Das ist gut. Wenn jemand... Wenn man jemanden herausfordert, der älter ist, fühlt man sich im Nachteil. Warum? Deine Pokémon waren einfach super scheiße. Aber du hättest fast meinen Drechsel weggekillt. Wieder mal. Und wir haben fast keine Items mehr. Vielleicht muss ich offscreen einmal zurückrennen. Das könnt ihr gut haben. So, das sollte erstmal reichen. Ein super Trank. Sehr schön. So, wir sind in der Mine. Oh, heilt die uns? Oder will die gegen uns kämpfen? Ne. Hallo, meine kleine Schwester und ich betreiben hier unser eigenes mobiles Pokémon-Center. Die Galamine 1 ist ja schließlich nicht gerade ein Zuckerschlecken. Warte, ich päppel deine Pokémon wieder auf. Du kannst mich jederzeit ansprechen, wenn du meine Hilfe brauchst. Alles klar, unsere Pokémon sind wieder fit. Aber hier werde ich den Part beenden. Diesmal ein bisschen früher als sonst in die Galamine 1. Gehen wir im nächsten Part rein. Ich bedanke mich hier bei euch fürs Zuschauen. Liked dieses Video und abonniert den Kanal für mehr Pokémon-Content oder wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis dann beim nächsten Part, hoffentlich. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.